Hallo, ich bin der Jens, bin 50 Jahre alt, bin an CIDP erkrankt. Angefangen hat es mit Nerven, also mit Taubheit in den Füßen, 2013. Dann hat mein Hausarzt mich zum Neurologen geschickt, der mich dann später, als er nicht mehr weiter wusste, in die Charité überwiesen hat. Und 2014 im September wurde dann bei den ganzen Untersuchungen die Diagnose CIDP gestellt. Also eine sehr eindeutige Diagnose. Ich war ganz froh, dass ich die Diagnose hatte, obwohl ich nicht froh über die Diagnose war, aber ich wusste wenigstens, wo es geht. Seitdem habe ich Immunkubuline intravenös bekommen, monatlich, oder alle drei bis vier Wochen. Die jetzt umgestellt wurden zur Subcutan-Ergabe. Also ich gebe mir die selbst per Infusionspumpe, dreimal rechentlich, komme damit ganz gut zurecht. Allerdings kann ich ganz noch nicht die Erfahrungswerte so wiedergeben, weil das noch recht frisch ist, weil das alles erst ziemlich neu ist. An Medikamenten nehme ich noch Gabapentin, dreimal 900. Palexia zweimal 200. Und dann ein Antidepressivo. Ja, genau. Das soll ja unterstützend wirken. 1 1 Polymer Untertitelung des ZDF, 2020